Ich denke, es macht halt auch echt keinen Bock, so... Mahn! Hä? Darf ich gerne Creatorcode Lukas im Shop ein. Im September verlose ich jeden Tag 25 Euro iTunes oder Google Play an einen Gewinner. Nehmt einfach den Kauf mit Juwelen auf. Packt das auf Instagram in die Story und markiert mich. Dort wird auch immer der Gewinner bekannt gegeben Ja Freunde, ihr seht schon Wir sind mal wieder hier mit Tobi am Start Moin 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 moin, was geht, hallo Genau Freunde Und heute ist unsere letzte Chance Colette auf Rang 30 zu pushen Vor Season Ende Denn ihr seht, 14 Stunden, 19 Minuten Dann ist die Season zu Ende Und Colette wird quasi gedroppt, runtergesetzt eben Und wir werden es eben versuchen davor noch zu schaffen Leute, ich hoffe, wir kriegen es auf jeden Fall hin Wir sind immerhin schon bei 860 Also es ist eigentlich ein guter Start, oder? Ja, sehr guter Start eigentlich Und auch die Showdown-Map, die später kommt Wird auf jeden Fall ganz gut sein Deswegen, ja, würde ich einfach mal sagen, Freunde Lasst schon mal ein Like zum Start da Würde mich sehr freuen Und ja, würde ich sagen, let's go, oder? Ja, genau, let's go Okay, schade Ja, vielleicht ist es doch nicht so schlau dazu Campen, keine Ahnung Ja, ist alles gut, wir sind ja im Showdown Ja, stimmt, das stimmt War das da auch einfach in Schien unten Ja, die haben hier im Endeffekt die gleiche Taktik gemacht wie wir Ja, Achtung Ja Alter, was, die spielen die Bull hier? Alter, was, Bull? Ja, Bull, die Bull Einfach bei fast 900 Bull Huff, viel Spaß gehabt, Kevin Ja, der müsste aber jetzt echt nicht mehr als Ich bin down Äh, nein Na, Kevin, wir waren natürlich ein Joke, ne? Also wir sind bei Ja 966 gewesen Ey, Mann, was ist das? Oh, ich bin down Nein Ey, Mann, der hat eine Ulti, pass auf Nass Oh, ich bin joh Was?! Das kann es nicht sein. Der hielt sich einfach hoch, man. Wie noch so eine Loste-Combo. Ja. Ja, zum Glück plus wieder. Das kann ich nicht erklären, wie wir dreimal in Folge einfach Minus bekommen haben. So unnötig. Hey, ich geh. Was ist das bitte? Oh, Mann. Alles ist bei uns. Das ist der Welt der Sprache. Ey. Oh, Mann. Jetzt müssen wir uns teleportieren. Hey. Oh, mein Gott. Was machen soll jetzt? Nee, ich weiß auch nicht. Da televisiert sich auch noch. Es kann nicht wahr sein. Du weißt ja auch spielen, wir spielen für C8-Bit im Endeffekt. Ja. Das Game war halt so easy irgendwie, aber ich verstehe das nicht. Nein, nicht noch der Mate. Super. Ja, wir müssen immer noch 5 Games gewinnen jetzt. Ich hätte gleich nach Colette Release so 24 Stunden Colette-Spiel im Stream machen können. Ja. Okay, lass von mir. Da kann man nur sagen, this is normal. Oh mein Gott. Ich kann nichts machen. Es ist echt gerade zu fassieren, keine Ahnung. Ich verstehe das echt nicht. Ich weiß echt nicht, keine Ahnung. Ihr müsst es aber eigentlich noch schaffen. Kein Plan. Ich habe irgendwie das Gefühl, Colette, kein anderes Spiel auch wie nicht Colette. Ich denke jetzt wie ich so auf Dauer, ich glaube Colette ist das Problem so. Keine Ahnung. Natürlich auch hier so gesendet werden. Also jetzt pusht uns natürlich der Mortis, der die ganzen Gips aus der Mitte bekommen hat. So. So. Oh. Was? Hä? 912 Nein, 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 nein Nein Was? Ich hätte ja auch unten rauslaufen sollen Das Ding ist halt auch Leute, es macht halt auch so echt keinen Bock Ja, ja, ja Das ist halt so das Ding Und natürlich, klar, das liegt doch sehr stark an mir teilweise, aber naja, trotzdem Ey, wirklich Seht mir schon wieder gar nicht Nein Nein Oh Okay Okay MAAAAN Okay, Leute 905 Fokale Das ist der Punkt, wo wir dann wirklich sagen auch Das war's einfach mal komplett Das war's einfach mal, genau Ja